was musst du jetzt noch mal machen? LKWs markieren. Da können wir ja gleich zertanken oder? Ja, würde ich auch sagen. Dann rüber Old Guess. Warte mal, der ist doch noch gar nicht da. Was macht denn der Kerl? Oh, hier geht es auch schon los. Ja, natürlich. Das war so lange gedauert bis man im Raid war. Gehen wir noch drauf. Ja, die haben das ein bisschen optimiert. Das ist doch gut. Aber merkt man auf jeden Fall. So, die Tanklaster, ich weiß gar nicht mehr, wo die alles sind. Da rennen wir hinter uns her. Der Tank ist einer. Der Helm macht ein bisschen verschwommene Sicht. Vielleicht bringt er ja was. Geh einmal rüberspringen so? Ich bin ja schon. Ich höre jemanden krampfhaft springen. Oh, ey. Ich gebe euch mal von oben den Deckel. Ich habe einen Skeff. Du hast einen Spieler. Ich habe einen Spieler. Ich habe einen Skeff. Ich bin tot. Ich bin tot. Nein. Ich renne in den Tank rein. Beutel, wo bist du? Ich bin hinter dem Gastank hier unten. Direkt an der Mauer. Die Schüsse kamen doch von links oben jetzt. Ja, die kommen zu euch. Die sind hinter dem Bauer. Hinter dem Sniperhügel so gesehen, ne? Genau. Also ich wollte gerade auf den Sniperhügel und da kamen zwei Typen angerannt. Ah, okay. Zwei. Sie wissen, weil ich schon mal weiß, wie viele es sind. Einer ist Minus. Also es ist nur noch einer. Achso, nur noch einer? Okay. Wollen wir uns holen schon? Ja, sicher. Wann ich schmeiß in die Richtung? Penkeller rein? Pass auf, dass er mich den Beutel zerreißt. Ja, ich höre die Granate. Bin ich? Ja. Da ist noch so ein Dreckskeff. Ich renne von weit außen, renne ich dann rein. Also ich komme von weit hinten. Von oben die Baustelle, da wo der Strommasten ist. Von da werde ich dann mich langsam an die Mauer ran. Okay. Okay. Ich renne dann hinter. Ich renne wieder zurück, wo wir herkommen sind und versuche da die Mauer zu erreichen. Ich bin direkt an der Mauer, ne? Matze, aber noch im Tankstil. Ja. Gelände. Bist du an der Mauer gestorben? Ja, ein bisschen von 10 Meter davon weg. Und den Typen, wo hast du den geholt? Der liegt direkt an der Mauer. Granate. War das deine Beute? Ne, ging in meine. Deine? John? Nein, nein. Die Granate ging aber in meine Richtung. Also der weiß, dass ich hier bin. Ich höre ihn links. Der muss unten an der Mauer sein, Leute. Ich gucke jetzt, ich gucke jetzt, ich gucke jetzt. Gib mir eine Sekunde. Ja, ich sehe ihn. Das bin ich hier unten. Achso. Bist du das? Ne, ne. Also wenn, wenn du, ich bin hier unten an der Tanke noch. Der hat mich auch, verdammte Kacke. Der spielt mit M62, wie das aussah. Genau, M62 Sträser. Ja, hab ich direkt gesehen mit dem grünen Strahl. Warte mal, sei denn ruhig. Wo war der John? Äh, der ist direkt hinter der Mauer. Ich hab den voll, ich war voll drauf. Da meintest du so, ne, ich bin auch hier. Da hab ich auch gehört. Und dann war es das voll dollig. Was, ich guck mal kurz bei dem Stimme ins Recht. Granate zu mir. Der weiß, wo ich bin. Ja, wenn du genau da hochläufst, genau. Der läuft da die Mauer entlang die ganze Zeit. Ja, ein bisschen weiter, ja, genau so. Da, neben dem Baum war der gerade. Genau an dem Baum, rechte Seite. Da, neben dem Baum, rechte Seite. Da, neben dem Baum, rechte Seite. Da, neben dem Baum, rechte Seite. Zeig mal ruhig, zeig mal ruhig. Nur ruhig sein. Was? Meine Knache ist leer. Oh, nein. Bist du tot? Ich hatte eine Malfunction, glaub ich. Oh, ja, oh, ey, oh, nein. Oh, yo, du hast eine Malfunction. Scheißdreck. Ja, eine Malfunction. Oh, sonst hätte ich den... Oh, nein. Ich bin so schön gelaufen. Der hat sich leer geschossen. Ja. Oh, Gott. Ah, ich bin auch tot. Hat der ein Glück gehabt, Alter? Das sind nur sehr... Ja, ausgerechnet jetzt. Oh, ey, das ist so ein Pech, aber auch. Granus, Granus Riem, ne? Ne, da war das noch einer, da waren das drei. Weil mich hat Leonor, Leonor erschossen. Ach, ja, gleich. Oh, hat der ein Glück gehabt, Leute? Oh, ja, das ist ganz... Nicht ein Pech, sowas aber auch. Null XP. Hast du das nicht sogar vor ein, zwei Runden noch angesagt? Könnte lustig werden? Ja. Mit zwei Stimmen Pillen, die dir haben. Aber musste das ausgerechnet jetzt passieren? Schaps. Mit einem Gefühl. Ich bin ein Gefühlsmensch. Ja, doch mal ganz kurz. So. Äh, also Rischala, ne? Äh, Rischala sag ich schon. Sanitar, ne? Aha. Jetzt ich ihn mit Rischala hab. Beim Kran kann da jetzt keiner gespawnt sein, oder? Wenn wir hier vorne sind? Nein. Ich guck mal kurz. Nochmal, ich könnte dich nicht aufnehmen. Was sagst du? Am Kran kann da keiner gespawnt sein jetzt, oder? Wenn wir hier vorne spawnen, weiß ich es nicht. Vor uns, ja... Also es kann sein, dass da jetzt einer da durchschutscht, aber die meisten kommen hinter uns eigentlich, ja. Mhm. Ich geh einem Busch weiter, links von dir. Okay. Präsident Busch. Ich komm zu dir. Ja. Hörst du mich? Wollen wir dann... Ja, 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 ja. Links von dir. Ich hör dich. Achtung, da wird geschossen. Oh, und da hinten. Auf 14. Oh, er ist da. Hast du ihn? Also er ist tot, ich weiß nicht, ob ich ihn hab oder du. Ja, ja, ja. Der war nämlich voll fix... nein, 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 der war voll fixiert auf mich, weil er mich als erstes gesehen hat. Das war so geil. Da hat er einer gespringt? Ja, ja, hat er. Er ist tot, er ist tot. Ich seh seine Leiche. Ja, und da hat noch einer geschrieben. Ich weiß nicht was. Oder hast du, äh, gemacht? Nein. Bin mir nicht sicher. Er hat sich auch mit eingeschossen hier. Es muss also noch einer da sein. Ja, das stimmt, das stimmt, hast recht. Aber vielleicht ist er tot. Der Ärmste, der macht seine UN-Mission. Ich geh mal vor. Rechts vorne. Ich guck mal schnell hin. Also hier scheint alles clear zu sein. Achso, ich looote einfach. Ich hab ihn erschossen, ja. Ja, ja, ja. Nein, nein, nein. Ich mein den zweiten Aar, den du gehört hast. Ach, doch, da hinten liegt einer. Ah, okay. Oder? Ne, das ist kein Spieler. Das ist ein Stein. Ich dachte, der sah so aus, als ob... Ah, ne. Okay. Keine Ahnung. Wo ist der zweite? Du hast recht, die haben sich ja hier bekämpft. Mhm. Er hat ja sogar eine Granate geschmissen. Du kommst zurück? Nein. Oh, jetzt werde ich beschossen. Von links, von links werde ich beschossen. Ich hab ne schwere Blutung. Du musst mich zurückziehen. Ja. Das war ein Präzisionsgewehr. Irgendwas extrem präzises. Der pusht mich jetzt wahrscheinlich. Warte mal. Ich hab da... Der ist gehittet, der ist links von dir. Der ist tot, der ist tot. Okay. Dich hat er erledigt? Ja, ja. Scheiße. Ja, ich hab ihn gehittet, aber der hat auch einen Kopfschuss, glaube ich. Mist. Ja, passiert. M80 hat er geschossen. Das hält noch nicht mal meinen Helm aus. Hat er einfach gut geschossen, muss man sagen. Dann hau ich jetzt meine Waffe irgendwo ins Gebüsch. Und bediene mich an einem reichhaltigen Vorrat, der hier rumliegt. Ja, pass auf, meine Sache. Das einzige, was von mir versichert ist, ist der Helm. Den Rest kannst du nehmen. Die Waffe kannst du auch nehmen, wenn du möchtest. Die ist nicht versichert. Die habe ich selber von so einem Typen mir erschossen. Wo ist denn die jetzt hingefallen? Wo ist denn die jetzt hingefallen? Oh, M995, Alberschweder. Der Mann weiß zu leben. Welche von denen? Der erste. Ja, ja. Und der zweite hat wie gesagt M80 geschossen. Das war dann der zweite wahrscheinlich, auf den er geschossen hat. Rinde 23. 20. Mhm. Ne, auf Bär da ja habt. Daer. Ja, aber daer. Daer. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Daer. So, dann versuche ich mal zum Ausgang zu gucken. Bis zum nächsten Mal.